In diesem Video führen wir einen neuen Begriff ein und zwar den Begriff der Matrix, Plural Matrizen und dazu gucken wir erstmal die grundlegende Idee an und gucken was man damit zu machen kann und wofür man das gebrauchen kann. Wir starten dazu einmal mit einem Beispiel und zwar stellen uns vor Alice und Bob gehen zusammen aus und trinken Bier und genauer gucken wir jetzt an was die beiden trinken. Wir stellen uns vor Alice. Auf der Karte sind vielleicht nur Bier und Radler. Angenommen Alice trinkt ein Bier und zwei Radler und Bob trinkt zwei Bier und zwei Radler. Dann sind das natürlich die Informationen die hinterher für den Wirt und für die beiden auch wichtig sind, wenn es um die Rechnung geht. Und wenn man jetzt scharf hinguckt an der Stelle, stellt man schon fest, dass die relevanten Informationen, die wir hier haben, also wie viel Bier beziehungsweise wie viel Radler jede einzelne Person getrunken hat, dass man die schön rechteckig anordnen kann. Und um genau solche rechteckigen Schemata, darum geht es. Wenn wir jetzt mit dem Beispiel noch ein bisschen weiter gucken und wir auch noch hinterher wissen wollen, was müssen die jeweils was. Und da können wir uns vorstellen, dass so ein Bier vielleicht 3 Euro kostet und das Radler vielleicht 2,50 Euro. Und auch hier sieht man wieder, dass wir hier so ein rechteckiges Schema haben. Die Zahlen, die wir betrachten wollen, die bilden ein rechteckiges Schema. Und mit solchen Schemata wollen wir hinterher rechnen können. Und das ist auch das, was hinterher passiert, wenn der Wirt nämlich die Rechnung erstellt. Der guckt, was müssen beide bezahlen. Und wenn wir jetzt wissen wollen, was Alice bezahlen muss, dann rechnen wir natürlich ein Bier mal den Preis von Bier, also einmal 3 plus 2 Radler hatte sie mal den Preis vom Radler. Und das schreibe ich auch wieder genauso auf. Also für Alice, da rechnen wir ein Bier mal 3 Euro plus 2 Radler mal 2,50 Euro und einmal 3 ist 3 plus 2 mal 2,50 Euro ist 5, also sind das 8. Also ich muss 8 Euro bezahlen. Und ganz entsprechend für Bob. Was muss Bob bezahlen? Bob hatte 2 Bier. Jedes Bier kostet 3 Euro und 2 Radler. Jedes Radler kostet 2,50 Euro. Also muss er bezahlen 2 mal 3 plus 2 mal 2,50 Euro. 2 mal 3 ist 6, plus 5 sind 11 Euro. Und jetzt sieht man hier auch wieder, dass wir hier wieder rechteckige Schemata haben von Zahlen. Mit denen wir rechnen. Und das, was rauskommt, ist wieder so ein Schema. Hier in der Form, auf der rechten Seite. Das hier, das kennen Sie aus den vorherigen Einheiten. Solche Sachen sind auch Vektoren. Und wenn wir das Ganze ein bisschen aufbohren, dann bekommen wir eben Matrizen. Ausgehend von dem vorherigen Beispiel kann man das natürlich verallgemeinern. Es könnte sein, dass nicht nur Alice und Bob Bier trinken gehen. Sonst könnte auch noch Kahl dabei sein. Neben Bier können es auch noch andere Getränke geben. Wasser oder was auch immer. Das heißt prinzipiell, das Vorgehen wäre aber immer gleich. Und all das wollen wir darstellen können durch sogenannte Matrizen. Eine Matrix. Und so eine Matrix ist dann einfach ein rechteckiges Schema von Zahlen. Und ich schreibe einfach mal so ein paar Zahlen auf. Das kann 1 sein. Das kann 4 sein. Das können auch negative Zahlen sein. Minus 3. Würde jetzt für unser Beispiel mit dem Bier nicht wirklich Sinn ergeben, dass jemand negatives Bier konsumiert. Aber prinzipiell ist es auch erlaubt in solchen Schemata. Das kann auch ein Bruch sein. So was wie ein Drittel. Das kann aber auch die 0 sein. Oder 5 oder so etwas. Also so etwas, wenn man dann auch noch runde Klammern drum macht, so was wollen wir Matrix nennen. Ich schreibe das einmal daneben. Also so ein Schema. Das ist eine Matrix. Oder auch eine reelle Matrix, weil die Einträge eben reelle Zahlen sind. Was bei einer Matrix ganz wichtig ist, ist, wie groß die ist. Das haben wir gesehen. Könnt ihr in verschiedenen Größen machen. Und das gibt man auch an beim Typ der Matrix. Und in diesem Fall hat diese Matrix drei Zeilen. Es wird immer zuerst die Zeilenzahl angegeben. Und zwei Spalten. Und deswegen ist das eine 3x2 Matrix. Den Begriff Zeilen und Spalten habe ich auch schon erwähnt. Also so etwas hier. Das ist eine Spalte. Und wenn man scharf hinguckt, sind die Spalten einer Matrix, sind das immer Vektoren. Also nennt man das auch ein Spaltenvektor. Rechts daneben ist natürlich auch eine Spalt. Das ist auch ein Spaltenvektor. Also das ist eben so, dass so eine Matrix aus verschiedenen Spaltenvektoren aufgebaut ist. Also einfach eine Folge von Spaltenvektoren. Die bilden dann eine Matrix. Das Ganze kann man natürlich nicht nur spaltenweise betrachten, sondern auch zeilenweise. Das ist auch üblich. Also wenn man scharf hinguckt, ist so etwas hier. Das da. Das ist ein Zeilenvektor. Also ganz analog kann man eine Matrix eben ansehen als ein Systemfolge von Spaltenvektoren oder ein System von Zeilenvektoren, die man untereinander schreibt. Die einzelnen Einträge, die irgendwo stehen, das ist jetzt zum Beispiel diese 5, die nennt man Eintrag oder auch Komponente. Und die wird häufig auch mit Variablen bezeichnet. Wenn man die einzelnen Variablen oder Variablen nutzen möchte, um die einzelnen Einträge einer Matrix zu bezeichnen, nimmt man dafür häufig Kleinbuchstaben und gibt dann als Index an, wo sie in der Matrix stehen. Und auch bei den Indizes kommt zuerst die Zeile und dann die Spalte. Also dieser Eintrag, wenn man den mit einer Variablen bezeichnen würde, würde typischerweise heißen A, dritte Zeile, zweite Spalte, also A, 3, 2. Das ist Konvention für die Einträge und Konvention für Matrizen ist, dass wir typischerweise Großbuchstaben jetzt hier benutzen, um Matrizen zu beschreiben. Und das sind auch schon die wesentlichen grundlegenden Bezeichnungen, Begriffe, die man so braucht, um in einer Matrix arbeiten zu können. Ich fasse das hier jetzt noch einmal formal zusammen. Das ist die formale Definition. Wir sagen, eine M-Kreuz-N-Matrix, hier ist es jetzt bliebig, also M und N sind Variablen. Eine M-Kreuz-N-Matrix ist ein rechteckiges Schema mit M-Zeilen und N-Spalten, also das ist der Typ der Matrix. Und dieses Schema schreiben wir dann eben in diesem Format auf. Mit Einträgen A11, oben links, bis Eintrag A1N, oben rechts. Und Sie sehen hier die zweite Komponente, das ist die, die sich ändert, wenn man eine Zeile entlangläuft. Also die zweite Komponente ist die Spaltennummer. Und entsprechend ist die erste Komponente, wenn Sie hier von oben nach unten gehen, das ist das, was sich ändert. Und die Zeile, das ist halt das, was zuerst aufgeschrieben wird. Also die erste Komponente ist Zeile, die zweite Komponente ist Spalte. Und das Ganze nutzt man dann auch für solche Notationen. Wie gesagt, Matrizen bezeichnet man mit Großbuchstaben. Und wenn man sagt, so eine Matrix hat dann diese Einträge, A, J, meint man, das sind die möglichen Einträge, die dort stehen können. Und die sind nach diesem Schema, wie sie hier stehen, entsprechend durchnummeriert. Das ist das, was hier nochmal steht. Die einzelnen Einträge nennt man dann Komponenten und zuerst steht die Zeile und dann die Spalte. Und genauso wie wir für die Menge aller reellen Zahlen ein spezielles Symbol haben, gibt es auch ein typisches spezielles Symbol für die Menge aller m kreuz n Matrizen. Und das ist typischerweise diese Notation r hoch m kreuz n. Bezeichnet eben die Menge aller reellen Matrizen mit m Zeilen und n Spalten. Und wenn man zwei Matrizen hat, ist natürlich die Frage, wann sind die gleich? Und die absolut naheliegende Definition, die wir hier auch verwenden, ist, zwei Matrizen sind gleich, wenn sie jeweils komponentenweise gleich sind. Also wenn sie an der gleichen Position jeweils die gleichen Einträge haben, dann heißen Matrizen gleich. Das ist jetzt nicht weiter überraschend, aber muss einmal erwähnt werden. Zum Abschluss gucken wir noch einige spezielle Matrizen an, also genauer gesagt zwei Stück. Das erste ist die sogenannte m kreuz n Null Matrix. Und so eine m kreuz n Null Matrix ist einfach eine Matrix, die komplett aus Nullen besteht, wo also nur Nullen drin stehen. Also alle Einträge sind Null in der Matrix, das Ganze nennt man dann Null Matrix. Und m kreuz n, naja, dann halt eben entsprechend m Zeilen und n Spalten. Die zweite wichtige Matrix mit einem speziellen Namen ist die sogenannte m kreuz m Einheitsmatrix. Und bei dieser Matrix ist die Besonderheit, die hat genauso viele Zeilen wie Spalten. In so einem Fall heißt eine Matrix auch quadratisch. Und da ist die Idee, dass sie Einsen hat, genau auf der Hauptdiagonalen. Also hier stehen überall Einsen und an allen anderen Stellen stehen Nullen. Also hier steht eine Null, da steht eine Null, da steht eine Null. Und entsprechend hier und hier auch und das geht halt immer so weiter. Alle Stellen, die nicht die Hauptdiagonale sind, sind Nullen und auf der Hauptdiagonalen, da stehen überall Einsen. In diesem Fall heißt dann so eine Matrix m kreuz m Einheitsmatrix. Und die hat entsprechend m Spalten und n Zeilen. Die gibt es natürlich dann auch wieder in jeder Größe, wenn man sie gerne hätte. Und das waren auch schon die grundlegenden Begriffe zu Matrizen. Also hier steht dann so ein paar Minuten. Das werden beide